Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Becker von Fotobäcker in Heidenheim. Heute bekommt ihr einen weiteren Tipp von uns. Oft werde ich gefragt, ich bekomme keine scharfen Bilder, obwohl ich kurze Verschlusszeiten verwende. Wenn ich dann genauer nachschaue, liegt es oft daran, dass der Kunde die Kamera nicht optimal hält. Deswegen heute als kleiner Tipp, so halte ich die Kamera richtig. Die Kamera in die rechte Hand nehmen. Die linke Hand dient als Unterlage für das Objektiv. Dann habt ihr zwischen Daumen und Zeigefinger auch die Möglichkeit, den Zoom zu bewegen oder die Schärfe einzustellen. Die rechte Hand ist frei für den Auslöser oder fürs Daumenrad zur Einstellung von Korrekturen. Und so habt ihr die Kamera sowohl im Hoch- wie im mit scharfen Bildern. Diesen Tipp und viele weitere Dinge für das schönste Hobby der Welt gibt es bei uns bei Fotobäcker in Heidenheim.